Lektion Grundeinstellungen Boden Für die Erfassung der Böden, auf welchen Sie Ihre Rebsorten anbauen, gehen Sie wie folgt vor. Klicken Sie auf die Gruppe Einstellungen und auf das Menü Boden. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. Erfassen Sie nun die in Ihrem Betrieb verwendeten Böden. Beenden Sie die Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche OK. Sollten Sie bei der Erfassung einen Fehler gemacht haben, können Sie diesen durch Anklicken des Bleistift-Symbols korrigieren. Möchten Sie eine Lage löschen, klicken Sie auf das rote X.